Sollich Lodjon Der Karnevalszug 2014 bewegt sich langsam zum Zentrum der Stadt. Und tausende von Jecken warten darauf, dass die Klümpchen und Kamellen geworfen werden und sind schon in der richtigen Stimmung. Viel Spaß und viel Freude beim Zug. Applaus Guck mal wie schön. Guck mal wie schön. Sehr ehrlich. Ganz sicher. Heute Abend geht der Mal ins Bett, stehst du mal drüber und dann morgens wieder drauf geht. Wenn du dann sagst, ja, ist so dann ist es ok. Nein, das ist gut so. So muss das sein, Jungs. Schönen Abend. Ich hab mal eine Karte bei dir aufgemacht. Fabian! Fabi! 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 Das sind die Fußtruppe der Montagstilfung von Solin Aktiv. Und wir sind alle OB-Fight und wir freuen uns nach dem Motto, er kam und sah und ging nicht. Und damit kostet er der Stadt 95.000 Euro, weil das kostet die zusätzliche Wahl. Und ich persönlich bin mit einem Schild da zum OBW-Nachschutz. Er kam, er sah und er tat nichts. Und wir brüßen die Lebenshilfe mit einem dreifachen Solin Akt. Ja, ich sag's! Bitte! Wir sind die Sohle-Bowler-Sechsperlen! Findet ihr den Sohle? Super! Super! Tschüss! Können wir den Sohle aufwerfen? Wir möchten es mal gerne haben. Sohle! Ja! Sohle! Ja! Sohle-Bowler-Sechsperlen! Und du kriegst mich vor dem Moslem, mit Schwarz bist du so rum. Es gibt ein Leben, ein Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben, ein Leben, ein Leben, ein Leben, ein Leben. Es gibt ein Leben, ein Leben, ein Leben, ein Leben, ein Leben. Es gibt ein Leben, 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 ein Leben Vielen Dank. 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 Vielen Dank.